Ich zwick den Ast ab. Boah, Leute. Boah. Boah, Willis. Digger, wie krass ist das, Alter. Einfach so ein Bienenschwamm in der Hand hier. Tschüss. Alter. Wollen wir reinlegen? Wieder. Na, Angst? Das ist das Aufwendigste hier. Die wollen jetzt hier raus. Aber die müssen da rein. Das Ding hauen wir mal hier weg. Ui. Und jetzt brauchen wir Geduld. Jetzt müssen wir warten. Ich schätze so eine Viertelstunde, halbe Stunde sind die alle drin. Und dann können wir sie ins Deez-Tau umsiedeln. So, Freunde. Der Schwarm sitzt erfolgreich im Schwarmpfannkasten. Das hat mega gut funktioniert, weil das einfach...